Ja, ich hätte es so schön gefunden, wenn einfach alle anderen Nachrichten weg wären, weil die sind so nervig. Man hat nur die Möglichkeit, es ganz auszumachen, aber man will ja nicht die unsichtbare Wand verpassen. Und ich glaube, dieses Rating-System funktioniert auch nicht so gut, dass die dann mehr leuchten. Ich glaube, es ist drin, aber so einen richtigen Unterschied erkenne ich auch nicht. Ja, es ist einfach, je mehr sie irgendwie, also du kannst dir anzeigen lassen, so ja, okay, hat eine Zahl da, aber es ist einfach nur, sie wurde bewertet, aber da steht ja nicht, ob es so gut ist. Also bei jeder Nachricht mittlerweile, ich bin jetzt von dem Boss, dem berüchtigten Boss, der halt auch das Dasein gemacht hat, weil er doch fair ist. Und ich war dann auch so, Nachricht so, try something, nicht so direkt negativ, kaum. Und die nächste Nachricht so, I need help, ich so auch direkt so unter und unter. Ich bin einfach nur so auf Schluss, ich werde jede Nachricht auch so, here, hidden path ahead. Und alles nach unten warten, einfach weil ich das, weil mich das nervt. Aber man kann ja auch so Gesten anhängen, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn man Text einfach weglässt und nur diese Geste und sonst da ranpappt. Ja, so ein Zeigen. Oh nein. Jetzt kommen wir jetzt personalities.